Der Sponsor ist doch... Rückpass! Indirechter Falschuss! Jetzt kommt der Wind wirklich her. Der Aufschieger ist da. Der Aufschieger ist da. Der Aufschieger ist da. Die Nachricht ist ein Torso. Jawoll! Sehr gut, Jörg! Sehr gut! Nicht einfach! Ganz klar, Carlo! Weiter geht's! Jetzt! Tempo! Zieh an! Jetzt! Momo, du bist schuld! Gleiche Ecke, ne? Da haben wir ihn gemacht! Das war wirklich stark gemacht! Kaput! Oh! Schiff, schiff, schiff! Oh! Da ist es! Oh! Tor! Hier durch ihre Offensiven haben wir aber defensiven Probleme. So, das geht schon. Jetzt! Jetzt! Ja! 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 Jetzt! Ja! 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 Warum nimmt er nicht an und geht sauber? Also Anklang war zumindest die ganze Zeit schon egal, ob sie noch einen kassieren. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt! Schieß doch! Schieß doch! Er braucht gleich viele Ulob. Kommt! Jetzt gleich! Keine Anklang! Jetzt klinge es gerade. Oh mein Gott! Heiße! Heiße! Das ist unfassbar, ne? Ohne Fasca! So ne Scheiße! So ne Scheiße! So ne Scheiße!